hallo meine lieben youtube freunde ja das wird mal ein etwas anderes video vielleicht kann man es ja auch schon hören ich höre mich ein bisschen anders an das liegt auch woran das liegt erkläre ich gleich da komme ich gleich zu nur mal als info ich muss mich jetzt schonen also ja maximal drei vier tage und da können jetzt leider keine studios kommen also streamen wäre nicht möglich weil ich muss meinen mund so gut wie es geht ruhig halten und ja da kann ich jetzt nicht so ich sage mal drei vier stunden oder noch längere rumfaseln und ja deswegen ist das halt so dass ich jetzt die tage nicht streamen kann auch wenn ich es gerne würde aber es geht einfach nicht von außen ja von der gesundheit her weil grund grund ist folgender wir wurden wir wurden heute die zähne gezogen also vier stück und ich darf jetzt eine woche nichts festes essen ich musste ich muss darf nur wasser trinken erst mal die tage ja ich werde ich werde auch ich werde aber so ein kleines tagebuch führen sag ich mal wie wie es mir so geht und so das werde ich aber dann zusammenschneiden und das gesondertes video machen und ja auch wenn es mir schwer fällt also heute abend wird er noch wenn ich es schaffe vielleicht noch eine folge minecraft kommen ja pokémon muss leider ausfallen die tage weil ich wie gesagt aufnehmen wird auch schlecht sonst hätte ich noch pokémon noch aufnehmen müsste und ja ich muss mich ja schon ich muss mich schon ja schon gleich reden und so ja wie gesagt ich wollte nur darauf hinweisen dass ich drei vier tage jetzt nicht streamen kann aus gesundheitlichen gründen und ja wie gesagt ich mache noch ein video tagebuch so ein bisschen dass ich dann zwischen wo ich mal ja sag ich wie es mir geht und so und das habe ich überlegt ob ich das dass ich das mal machen könnte und wo ich hier rumhüppeln ist mein lidl einfach nur den habe ich mit dem lieben star gebaut mit dem star 72 50 na das habe ich mit ihm gebaut mit dem kollegen hier und ja es ist mega nice geworden einfach nur da können wir mal reingehen die türen wieder auf die türen oder wird ja hier kann man sich schon sachen kaufen also die in einrichtung habe ich gemacht hier habe ich gestern habe ich den abend noch gemacht und weil ich war noch nicht schlafen den abend weil ich habe die nach durch gemacht einfach nur und alter dann ist das ist echt wie wieder hinten ding ist nicht dass ich nachher ibus nehmen muss aber vier zähne gezogen da vor dem muss das noch genäht werden also es hat das noch genäht werden müssen also die fäden noch ziehen lassen das ist genauso unangenehm alter putz putz los zieht zähne freund anders das das geht die durch die hölle nachher dann nimmt euch mal lieber die mit die die paar minuten nehmen euch lieber die paar minuten und muss euch die zähne als dass euch denn die zähne gezogen werden weil das ist das ist alter das ist so unangenehm wenn man das so nach auf wenn man das alles machen lässt und meine es wird ja beträubt und alles aber also das ist so unangenehm ich war so froh als das fertig war aber das ja das wünsche ich keinem einfach mal dass das ist einfach mal wie gesagt stream erst mal nicht um video kümmere ich mich noch das ist auch noch video kommen versprechen kann ich das war auch nicht aber ja muss ich ja gucken ja was würde ich euch erst mal sagen weil ich so zu lange auf und aufhalten will auch wenn man eine stimme schwulen wenn euch das video gefallen hat könnt ihr ja gehen man doch nach oben da lassen das war ja gut sagen und info video und hat das das war ja eigentlich nichts das eigentlich kein daumen hochwert na aber ja ja falls ihr mir eine gute besserung wünscht könnt ihr einen daumen nach oben da lassen dann so in der richtung wäre das ja auch was und ja sonst wie sagen vielen dank fürs zuschauen meine lieben freunde und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten video ciao euer rontex